Hey du, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video schauen wir uns mal an, wie man die Stimme ein bisschen optimieren kann, was dazu gehört. Aber dazu mehr nach dem Intro. Bis gleich, feuerfrei! Mit irgendeiner Art von Stimmaufnahme hat man als Cutter immer zu tun, weil irgendjemand kommentiert ja immer ein Gameplay oder sein Vlog oder was auch immer. Also Stimme bearbeiten ist da eigentlich wirklich essentiell. Das sollte man so ein bisschen drauf haben, sag ich mal. Ich zeige euch heute mal, wie ich das Ganze in Resolve mache, aber eigentlich funktioniert das bei jedem Schnittprogramm genau gleich, weil jedes Schnittprogramm eigentlich dieselben Funktionen dann auch am Ende hat. Also es geht hier um Kompressor, es geht hier um Equalizer und sonstiges. Das sind alles Sachen, das bietet jedes Schnittprogramm oder sollte jedes Schnittprogramm bieten. Wenn es deins nicht kann, wechsel auf Resolve. Genau, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angerissen. Also Kompressor ist zum Beispiel eine Sache, die ist für eine Stimme immer ganz optimal eigentlich, weil damit komprimiert man die Stimme und macht laute und leise Peaks, sag ich mal, gleicht die ein bisschen an. Das heißt, man hat nicht so ganz leise Stellen, wo man fast nichts mehr hört und dann auf einmal, wo es einem das Ohr raushaut, sondern man gleicht das alles so ein bisschen an und hat dann ein relativ einheitliches Level für die Stimme. Das ist ein bisschen angenehmer dann zum Zuhören. Bei dem Equalizer, den ich auch gerade schon angerissen habe, da sieht man dann so eine Kurve zum Beispiel runter, um irgendwelche Töne aus dem Mikrofon rauszuziehen und ein paar markante Stellen in der Stimme beispielsweise zu verdeutlichen, die Sprachverständlichkeit zu verbessern und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wie das Ganze aussieht, wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt in Resolve an. Ich habe jetzt einfach ein Video von mir genommen. Man sieht, dass ich nicht so ultra laut gepegelt bin. Man sollte aber allerdings auch nicht zu leise pegeln. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Also wenn ihr merkt irgendwie, der YouTuber pegelt seine Videos zu leise und ihr habt ein extremes Grundrauschen drin, dann könnt ihr die Stimme auch nicht mehr retten. Er spricht dann da mit dem YouTuber, sagt, hey, pass auf, pegel dein Mikrofon lauter, weil das ist viel, viel zu leise. Ich habe viel zu großes Grundrauschen drauf. Das verringert einfach die Qualität. Und gerade bei Audio ist es extrem wichtig, dass das passt. Also Video, sage ich mal, ist immer nicht so schlimm. Wenn die Auflösung mal nur 720p zum Beispiel hat, schauen sich das die Leute trotzdem noch auf ihrem Full-HD-Monitor an. Das stört die Leute nicht so extrem, wie wenn der Ton scheiß ist. Wenn der Ton schlecht ist, schalten die Leute ab. Das ist auf jeden Fall extrem. Oder wenn ihr auch ein starkes Rascheln habt, weil das Mikrofon irgendwie schlecht positioniert ist oder so, dann sprecht das an. Dann kann der YouTuber das ja auch verbessern. Braucht dann auch wieder einen Moment, bis man wieder in den Arbeitsprozess zurückgefunden hat. Und deswegen gibt es jetzt von mir drei Tipps. Irgendwas, ein YouTube-Video oder eine WhatsApp oder irgendwas. Keine Ahnung. Und so klingt jetzt also die bearbeitete Datei, sage ich mal. Ich springe jetzt einfach mal direkt in den Fairlight-Tab. Im Fairlight-Tab habe ich jetzt hier meinen Mixer. Und im Mixer mache ich das immer folgendermaßen. Ich gehe auf jeden Fall erstmal auf den Master-Fader. Und der Master ist jetzt in Resolve 17 mittlerweile Bus 1, warum auch immer. Früher hieß er wirklich Master. Und es gehen einfach alle Spuren auf diesen Bus-Output. Ich weiß nicht, warum sie das geändert haben. Und im Master-Fader klicke ich dann hier bei Dynamics drauf. In dieses Feld einfach Doppelklick reinklicken. Und ich lege mir da immer einen Limiter drauf. Und stelle den auf minus 0,2 oder minus 0,3. Um damit zu vermeiden, dass irgendetwas über die Maximallautstärke rausgeht. Und wir so kein Peaking bekommen. Also keine Übersteuerung. Man kann natürlich trotzdem noch übersteuern. Und Lautheit ist nicht dasselbe wie Lautstärke in dem Fall. Also man kann immer noch sehr, sehr laut pegeln. So, dass es in den Ohren dann wehtut am Ende. Aber technisch gesehen kann nichts mehr übersteuern. Weil der Limiter einfach bei minus 0,2 alles abriegelt. Das heißt, man bekommt kein Peaking mehr. Das ist der Sinn dahinter. Also das mache ich immer grundsätzlich. Dann sieht man hier, das ist meine Stimme. Und da packe ich hier, das ist das Schöne bei Resolve, einen Vocal-Channel-Effekt drauf. Da klickt ihr einfach hier auf das Plus. Dann auf Channel. Und dann könnt ihr hier einen Vocal-Channel draufpacken. Das Ganze sieht dann bei mir so aus. Ich habe hier nämlich, wie gesagt, schon ein Preset. Das habe ich dann Table-Mic einfach genannt. Passt eigentlich so gut wie für alles, was ich so benutze. Selbst für meine Ansteck-Mikros und so passt das eigentlich sehr, sehr gut. Für die meisten Stimmen passt das. Also ich benutze das sowohl bei meiner Stimme, als auch bei Stimme von GNU beispielsweise. Und hier sieht man jetzt, wie gesagt, ich habe einen High-Pass, ich habe einen Equalizer, ich habe einen Kompressor. Alles in diesem einen Plug-In. Und den Kompressor habe ich so eingestellt. Ihr könnt das hier ja mal schauen. Hier kommt es allerdings jetzt wirklich auch drauf an, bei diesen ganzen Einstellungen. Egal, was ich jetzt hier zeige, macht das nicht einfach nur eins zu eins nach, sondern guckt einfach, was gibt eure Rohdatei her? Müsst ihr da vielleicht noch irgendwas anpassen? Also es kann sein, wenn ihr viel lauter gepegeltes Roh-Footage habt oder so, dann macht die Kompressoreinstellung hier zum Beispiel mit 10 dB Gain gar keinen Sinn. Und ihr müsst den Gain vielleicht ein bisschen runterregeln. Ich denke, alles andere ist ganz gut so. Also die Ratio von 2 finde ich immer ganz angenehm. Und das seht ihr dann auch einfach nur, wenn ihr das hier verstellt, was das macht. Also die Ratio gibt einfach an, wie sehr wird etwas komprimiert sozusagen. Also man kann die auch hochdrehen, dann wird fast alles auf dasselbe Level komprimiert. Das kann man hier einstellen, beim Threshold über minus 25 dB ist, wird dann so in einer ganz leichten Kurve komprimiert, bis minus vielleicht 18 oder so. Die lautesten Töne werden dann auf minus 18 runter komprimiert. Das macht eigentlich ein Kompressor. Er komprimiert die lauten Töne nach unten. Wie gesagt, ich mache das immer gern so auf 2. Dadurch werden, wie gesagt, hier die lautesten Töne, also alles, es wird nichts mehr über 0 dB gehen. Seht ihr das? Also alles, was hier ganz oben ist, wird runtergezogen auf minus 3 dB ungefähr. Man kann hier dann noch die Reactionzeit einstellen, also wie schnell der Kompressor angreifen soll. Den würde ich relativ schnell einstellen, weil wir ja nicht wollen, dass das dann so abflacht die ganze Zeit. Also der soll ja schon sehr schnell kommen. Ich glaube, das ist sogar die Standardeinstellung. Da habe ich sogar, glaube ich, gar nicht groß was vorgenommen, auch beim Threshold. Ich habe nur den Ratio, glaube ich, hochgedreht. Und dann eben beim Gain, wie gesagt, sehr, sehr abhängig. Das habe ich bei mir eben auf minus, äh, auf 10 dB stehen, weil ich hier einfach vom Raw Footage, gibt es das so her. Und wie gesagt, es passt witzigerweise auch relativ zu dem, was mir knuschig, aber das ist so eine Sache, die sollte man auf jeden Fall immer angleichen. Den Equalizer könnt ihr hier sehen. Das ist ein grafischer Equalizer. Den kann man hier schön einstellen, indem man hier auf die Punkte klickt. Und dann seht ihr auch, verändern sich unten automatisch diese Regler, wenn ich hier an diesen Punkten ziehe. Und das Einzige, was eben automatisch immer bleibt, ist hier dieser High Pass. High Pass ist dasselbe wie ein Low Cut. Den könnt ihr hier ausstellen. Ja, dann seht ihr schon, was passiert mit der Kurve. Ich würde den High Pass immer ungefähr so zwischen 100 und 150 stehen haben, weil da die meisten Rumpler, nenne ich es mal, rausgefiltert werden dann. Also zum Beispiel, wenn jetzt der YouTuber sein Mikrofon auf dem Tisch stehen hat und er kommt hier so mit der Hand auf den Tisch oder so, dann werden diese Rumpler ausgeglichen. Man hat das Ganze ja auch oft, dass man hier beim Mikrofon so eine Spinne hat. Die nimmt schon mal solche Mikrofonwackler, nenne ich es mal, nimmt es schon raus. Aber grundsätzlich kann man durch so einen Equalizer eben da noch ein bisschen was rausfiltern. Würde ich so bei Stimme immer machen. Wie gesagt, bei Stimme auf jeden Fall. Bei Musik macht das jetzt zum Beispiel nicht immer Sinn, weil ja da manchmal die Basstöne liegen. Die will man ja nicht rausfiltern. Deswegen bei der Stimme definitiv. Aber dann gebe ich im Bassbereich unten immer noch so einen ganz leichten Peak rein. Also ich gucke immer, dass das rausgefiltert wird. Hier aber noch so ein leichter Peak drin ist. Ich kann ja das Reset nochmal laden. Dann sieht das so aus. Ich ziehe die Mitte dann leicht raus und gebe hinten für die Sprachverständlichkeit, gehe ich hinten nochmal ein bisschen hoch. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das so die mega geilen Einstellungen sind. Ich bin jetzt kein Audio Engineer, nenne ich es mal. Aber das funktioniert für mich eigentlich immer sehr, sehr gut. Ich glaube, dass meine Stimme auch immer relativ gut klingt. Also das sind so die Einstellungen, die ich eben verwende. Könnt ihr hier nochmal anschauen. Grundsätzlich, wie gesagt, auch hier gilt, schaut einfach, was eure Pro-Datei hergibt, wie euer Sprecher klingt und dementsprechend würde ich das anpassen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr da vorgeht. Was ist eure Herangehensweise? Was benutzt ihr für Plugins? Schreibt mir auch weitere Themenvorschläge, was euch noch so interessiert als Cutter, was ihr gerne wissen wollen würdet, in die Kommentare. Dann kann ich da gerne mal auch noch ein Video dazu machen. Das hat sich zum Beispiel auch erst letztens jemand in meinen Kommentaren gewünscht, dass ich da mal drauf eingehe. Dementsprechend ist das immer praktisch. Ich habe eine Video-Idee und ihr werdet besorgt mit neuen Videos. Falls dir das Video jetzt gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Lass mir auch gerne ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut. Dein Barney Hau rein. Ciao.